Es ist ja richtig synchron, da freuen wir uns! Es ist ein Tanz und eine Schrittfolge, die es in dieser Form in anderen Ländern, anderen Kulturen so nicht gibt. Und auch deswegen ist es erstaunlich, dass es ohne Probe gleich beim ersten Mal richtig gut klappt. Musik Seit ich es jetzt hätte ja nur dieses Publikum angekommen. Und wer mich in dem großen Ronell-Böllsch versteht, seit Moni, ich bin in...